Hallo und herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Runde! Und ich darf heute Monster spielen! Ich freu mich voll. Die Mary hat bei dir immer so ne außergewöhnlich tiefe Stimme auch. Bei dir, der Flo letztens mit der so rumgerannt ist, ist das normal. Der hat jetzt Husten, die ist krank. Für die Mary. Tiefe Mary. Aber der Hust, der muss mal die... Also hier sieht man schon wieder im Chat, die Leute sind sehr motiviert. Hier, Harik, Busch, Urwald. Mangrovenhülle, Würstchenbrude. Domi schläft. Grill die Hütte. Tiefes Toastbrot, okay. Ja, starten wir mal im Spiel, ihr seltsamen Menschen. Meine Mütze sitzt. Ich hab erst was anderes gelesen. Erst was anderes gelesen. Ja, ich auch. Leute! Fangen wir besser an. Achso, ja, ich muss ja anfangen, Entschuldigung. Ach. War abgeregt. Ich kann stundenlang im Chat schreiben. Wir haben heute ja noch ein paar Aufnahmen vor uns, das kann also nur speziell werden. Hallo. Hallo meine Damen und Herren. Hallo. Oh Gott, da gibt's auch wieder Tresore, Leute. Ich bin das Monster. Wir spielen einfach mal so. Tresore. Das glitzekleine Monster. Oh Gott. Okay, let's go. Entschuldigung. Ich warte mal. Ist das nicht die falsche Map? Nee, nee. Das ist ne andere. Das ist ne andere Map, ja. Uh. Eine schöne Map. Okay. Jetzt wo Schlüssel hab ich? Und so fast. Und so fast. Ich weiß nämlich jetzt, wie ich das umgehen kann beim Spectaten, dass ich da hier dieses Gewobbeln nicht hab. Gewobbeln? Ich werde einfach lange überleben, damit ich erst gar nicht spectaten muss. Guter Plan. Sehr, sehr guter Plan. Das hört sich echt gut an, ja. Sehr, sehr guter Plan. Macht das. Macht das. Ich glaub bei mir, also bei mir in den Kommentaren hier, ich mach das sehr selten, aber habt ihr das auch das Problem? Also die, hallo, hallo Kommentare, ne? Also habt ihr das Problem auch, dass ihr euch da, dass ihr hier diesen Motion Blur Effekt kriegt? Was hab ich da gerade genommen? Also diesen Kotzeffekt. Dann schreibt doch mal rein und so. Ich hab gesehen, was du genommen hast. Das war nicht gut. War nicht gut. Das war gar nicht gut. Das Lied schon länger da. Das ist schon schlecht geworden mit der Zeit. Ey, was meint ihr denn nur? War ein Würstchen. Das war ein sehr großes Restaurant. Meine Nase juckt. Oh oh. Ich hätte gerne die Tagesspeise. Hätte ich gerne deine Tage, Mary. Oh Gott. Wie viel Schlüssel habt ihr dann so? Ich hab keinen einzigen. Ich hab das auch nicht. Ich hab das auch nicht. Tagesspeise ist heute... Ich hab auch keinen. War ein Domi Flo Tommy. Kackt. Ist das zwar immer nicht irgendwie so? Was kackt? Was? Achso, ja Domi kackt hieß das aber irgendwie irgendwann. Domi kackt. Flo singt die ganze Zeit irgendwas über. Wer ist denn wer überhaupt? Wer ist das Mädchen? Ja, da bin ich. Da bist du. Das Mädchen. Das Masel. Warte mal, warte mal. Wieso? Hier irgendwo muss ein Schlüssel sein, den wir noch nicht gefunden haben. Okay. Ich hab schon... Wir müssen echt hier den Tisch absuchen, aber... Schon. Ich werde überleben. Ich werde überleben. Ich weiß das. Ich werde überleben. Der Trick ist, die anderen vorlaufen zu lassen. Ja. Mit der Crowbar kannst du bestimmt die Bretter hier abmachen, oder? Wo sind Bretter? An der Tür im ersten Raum, wo wir alle gestartet sind. Wir gehen mal wieder zurück, oder was? Ja. Wir gehen mal wieder zurück, oder was? Ich nicht. Nein, ich war das nicht. Die Tür ist noch zu. Probiert mal hier. Wer hat die meisten Schlüssel? Probiert mal in die Tür hier. Ich hab gar keinen. Ich hab auch keinen. Ich hab zwei. Aber da hab ich probiert. Geh nicht. Die gehen aber nur für die Haupttüren, die ich hab bisher auch hier. Wir müssen hier nochmal alle Tische und so absuchen. Ja, das kann doch nicht sein. Also ich hatte... Im ersten Raum hatte ich die Tische eigentlich alle abgesucht. Irgendwo haben wir einen nicht gesehen. Der Curry. Wir haben den Curry noch nicht gesehen. Und das macht mich grad doch ein bisschen nervös. Ja. Ich hab aber euch schon tausend Mal gesehen. Ich weiß auch nicht, dass die... Ich weiß auch nicht, dass die... Ich weiß auch nicht, dass die... Ey, wenn ihr wüsstet, wie ich euch grad beobachtet habe, ne? Ich weiß auch noch, also ohne Scheiß, ich weiß noch, dass die Map ziemlich klein ist. Ja. Es gibt nur so vier, fünf wirkliche Räume. Das ist nicht so cool. Doch, das ist doch nice. Nein. Ja, für dich. Scheißdreck. Weg. Geh weg. Geh weg. Weg. Oh oh. Hallo Freunde. Tür zu. Ja, ich kann leider noch nicht diesen Agro-Modus machen. Das ist echt schade gerade. Wie mein Bildschirm grad vibriert. Kann man hier vielleicht die Tür irgendwie... Tschüss, Freunde. Der Letzte, mach die Tür zu, bitte. Bitte. Weil bevor die losrennt, weil die lädt sich auf, wenn die in der Nähe von uns ist. Und das ist egal. Jo, danke. Was? Macht lieber nicht die Tür zu, Leute Doch Das ist keine gute Idee, die Tür zuzumachen Oh, wir müssen mal alle mal wieder hier Mal wieder haben wir noch nie gemacht, richtig Essen gehen Am besten auch in so ein schöner Restaurant Wo man so viel Pferd Das hast du jetzt, wo ich Hunger habe, oder was? Du hast Frittis, was willst du? Ja, das ist doch nicht Weißt du, worauf ich Hunger habe? Hä? Kleine Tommy-Beinchen hier Tommy-Schenkel Tommy-Schenkel? Was willst du mit meinen Schenkeln? Die haben schon auch rote Kappen auf Meine Schenkel haben, nee, die, also Rote Kappen habe ich da noch nicht gesehen Hashtag Tommy ist schuld Zack Alter, stirb doch, Mann Oh Gott, da rennst du, da rennst du Scheiße Vielen Dank, Flo Ich habe dich noch gesehen und gedacht, ich wäre einfach hinten rum Der holt, ich habe die Schlüssel, die zwei, die es gab Ja, holt sie doch Ist er noch hier? Ist er noch hier? Nee Nein, ich bin schon längst wieder weg Jetzt gerade kann er ja auch nicht, jetzt könnt ihr erst mal durchrushen Okay Ich kann nie Was? Also, Körbe kann nie Auf Klo Da lag ich doch eben, meine Schlüssel Habt ihr meinen Schlüssel? Okay Ich bin gerade auf Klo, könnt ihr mal gehen, bitte Oh Gott Weg hier, weg hier, weg hier Für so ein kleines Mädel, ey, kann die da echt was raus? Egal Hast du ordentlich was rausgepresst, oder wie? Irgendwie macht eine Wurst Irgendwie macht eine Schmau Was ist denn heute? Seine Spezialität Mann, die Themen kommen heute gar nicht von mir Die kommen eigentlich nur von Jungs Geh da nicht hin, da ist sie doch Nein, geh da nicht hin Ich bin schon längst wieder da Warte mal, wir haben ja gar keine Tür Nee Finde ich nicht in Ordnung Habt ihr keine Tür? Ansuch mal da rechts von dir jetzt Ob da irgendwo was ist Auch nicht, ne? Scheiße Da ist sie wieder Ihr habt echt keine Tür, ja Oh Gott, gleich kommt Das ist aber schade Gleich kommt der Frenzy-Mode Ja, ich Weg hier, weg hier Warum habt ihr denn keine Tür, ey Das ist ja richtig traurig Jetzt haben wir wieder eine Dankeschön Oh, Knoblauch Wir sind doch noch zu dritt, oder? Ey, mach die Tür wieder auf Was? Ich bin der kleine Lass mich rein, Domi Lass mich rein, Domi Lass mich rein, Domi Hörig klein und mit kurzen Beinen Kann man da auch nichts aufmachen Oder so Und die zu euch hingeschliffen Und fängt an zu weinen Sorry, macht Spaß? Ja Oh oh Hört ihr das? Ja, das war nicht gut Mein Taschenabbel ist auch leer Und es gibt keine Batterien mehr Das ist richtig Schade Ey, das kann doch nicht sein Wir müssen rüber Und nochmal ganz rüber In den anderen Raum Und da nochmal nach ganz rechts Oder so vielleicht Curry hat den Boden raus Aber wenn wir jetzt hier rausgehen Das ist nicht dumm Das Hahn und Tommy und Domi Kommandieren ihn herum Es wird dunkel Ich sehe nichts mehr Die ist auf jeden Fall in der Nähe Das war der Folgentext heute bei Damned Tommy hat den Bogen raus Weil ich irgendwann heute das Sieg im Kopf hatte Und dachte, ah Tommy hat bestimmt auch den Bogen raus Und die Hose voll Und die Hose voll Gehen wir jetzt hier raus? Oh, was war das denn? Was war das denn, Freunde? Was? Das könnt ihr aber nicht machen Was ist denn passiert? Könnt ihr nicht einfach so machen Ähm, habt ihr es gehört? Es kann sein, dass der hier drin ist Weil der Ton, wenn ihr spawnt War gerade doch ziemlich laut Ja Oh, oh Da ist er Ich habe nichts gefasst Wo seid ihr denn? Ich sehe euch doch gar nicht Dahinter, ja Okay, okay Alles gut Ja, Curry, wie ist es so ausgeschlossen zu sein? Ich bin doch gar nicht ausgeschlossen Mir geht es echt gut Außenseiter Mir geht es echt gut Scheiße, Mann Außenseiter Ey, das Teleportieren ist direkt so auf, ne? Ich traue dem nicht Das geht echt nicht klar, ey Ich traue dem nicht Warte, wir gucken kurz Komm mal rauf Curry, so weit ist es schon Was denn? Ich traue dir einfach nicht mehr Ich habe doch nicht gelogen Trotzdem, ich traue dir nicht mehr Ja, so weit ist es schon gekommen Es ist weg Obwohl ich gar nichts getan habe Oh Gott, es ist dunkel Obwohl ich nie was getan habe Doch Du hast gesagt, du stehst da nicht mehr Und dann standest du da einfach Weißt du noch? Ja, aber das war der Tommy Nein Beim Tommy, doch Beim Tommy darf man das Oder ich darf das Du hast mich einmal furchtbar erschrocken Was darfst du bei mir? Furchtbar erschrocken Ich darf dich anlügen Mich anlügen? In den Uhren kann man was aufmachen, oder? Ja Ja Ah, okay Ich darf dich anlügen Gleich darfst du lügen In der nächsten Aufnahme Da darfst du lügen Da darfst du lügen, wie du lustig bist So, jetzt werde ich gerade wieder ein bisschen wach Es gibt einfach keine scheiß Schlüssel mehr Und es gibt auch keine numerischen Codes Für die Tresore Ja, da findet echt nichts Numerische Codes Das ist aber echt total komisch Ah, ah, Schlüssel, Schlüssel Schlüssel Schlüssel, ja, ja, ja Mir ist an jeder Tür Nee, ich weiß schon, wo der hingeht Weißt es, ja Ähm, was? Weißt es, wo der hingeht, der Schlüssel? Sorry, könntest du bitte nice sein? Direkt zu dir Der eine Schlüssel da, der muss da rein Dreh doch den Schlüssel Ich habe ihn, ich drehe ihn gerade Richtig krass Boah, ich habe den Schlüssel so krass gedreht So dreht man den nicht Doch, und ich habe es wie bei einem USB-Stick Er ist mit beiden Seiten versucht Wie, was ist mit der Tür? Hm? Steht direkt da Was? Das stimmt doch gar nicht Was? Oh, da ist er, da ist er Doch, da ist er ja Aber vorhin in der Ecke Ich bin da reingelaufen Scheiße Aber jetzt ist er weg Gerade wegtelefoniert Ja, ich bin weg Die Küchentür kann von euch Keiner aufmachen Aber hinter euch zu die Tür Ich glaube nicht Ja, genau Perfekt, perfekt Habt ihr gerade zugemacht Oh, da ist einer Was ist mit der Küchentür? Kommt da irgendjemand rein? Ja, ich glaube ich jetzt Ja, du hast ein Kitchen Key, komm Oh, meine Taschenlampe ist gleich leer Ich habe kein Licht mehr Oh, da vorne ist noch eine Ne, was ist das? Boah, ein Code Ah, ein Code Ich sehe nichts mehr Ihr müsst die Tür selber zogen Hier ist auch ein Hier vielleicht einmal probieren Den Code Oh, Entschuldigung Okay, tschüss So Hier kann man doch auch bestimmt Unten wieder Schubladen aufmachen Oder sowas, oder? Ja, ich gucke hier gerade Aber ich glaube hier nicht Ne, der geht leider nicht Bei der Küche unten Unter dem Wasser hin Ne, hier sind keine Türen So, einfach nur so Ei Das heißt, wir müssen wieder raus, ne? Ja Okay, Moment Erstmal gucken Oh Gott, ein Schlüssel fehlt noch Oder wie? Okay Oh, ne Es ist dunkel, es ist dunkel Es ist dunkel bei euch auch? Es piept schon wieder so komisch Hier drin ist er aber nicht Hm Okay, dann Ich opfer mich mal Oh, komm, 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 rein, 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 zu Hey, der Curry ist noch Oder, warte, wer, wer, wer? Oh Gott Wer bist du? Oh Gott Du Wer ist denn hier? Wer ist der Pastor? Ich Ich bin der Pastor Okay War sie da gerade? Ich hab keine Taschenhaube mehr Ich hab sie nicht gesehen Gott Jetzt sind wir alle tot Warum ist denn hier die Tür auf? Was soll denn das? Man lässt doch nicht einfach so die Türen auf, Leute Ich muss die Taschenhaube sparen Oh Gott Mach die Türen zu Ist nicht gut, wenn man die Tür offen hält Ach, dieses Piepen ist mein Waschmasch Ach, der, ne, der Trockner ist das Scheiße Es gibt's doch nicht Was ist denn da rechts an, in der Uhr? Habt ihr da reingeguckt? Ja, da hatten wir schon, hatten wir schon Aber hier vorne war auf jeden Fall nichts mehr Ich könnte höchstens die Tresore alle mal probieren Ja, ja, das muss man sich jetzt probieren Irgendwann wird Zeit Irgendwann wird Zeit Oh, es wird dunkel Ja, es wird dunkel Okay Ducken Es wird Zeit Okay Ich glaub, da ist nichts Ähm, ein Tresor gibt's ja noch Waschmaschmaschernoppe blingang wie Sau Können wir noch mal ganz am Start gehen Da gibt's noch den einen Raum, wo wir noch nicht drin sind Das wollte ich gerade vermeiden, oh ja. Wir müssen durch die Blume sprechen. Oh, da ist sie, da hinten ist sie. Da hinten ist sie, weg hier. Wo bin ich? Ich bin doch nirgends. Okay, hier kurz warten. So, die beiden hier gehen gar nicht, ne? Habt ihr schon ausprobiert da? Ja. Der eine. Sorry, hast du den Bogen raus? Ich hab was? Nee, ich soll nicht. Curry hat den Bogen raus. Curry ist nicht dumm. Gucken wir weiter, ist sie da? Ey, der zieht sich auch immer in dieselben Räume. Dunkel, dunkel, das ist so der Scheiße. Ja, Curry. Ja, es ist schwierig heute. Es ist... Nicht so einfach. Kommen wir auch ohne Licht durch. Erzähl doch mal, Curry, erzähl doch mal. Ah, es ist Turbulenzen hier. Turbulenzen. Essen gehen, ich hab gerade Hunger, ich hab gerade Hunger, ich hab Hunger, Hunger, Hunger. Du bist auf jeden Fall an den Tresor sofort. Der Tresor geht auch nicht. Oh, eine Hand. Hier hinten ist noch einer. Da ist ja beide hier drin, ne? Ah. Ja. Uh, so viele Hände. Ah. Der ging auf. Jawohl. Da ist der Nächste drin. Ja. Das ist dir bestimmt wieder vor. Aber probier erst hier. Probier erst den an der Bar, ja. Ja, ja. Geht nicht. Oh, Mann. Wir werden draufgehen. Oh, Gott. Tod. Nein. Tür zu, Tür zu, Tür zu. Nein. Yes. Nein. Nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Habe ich euch erwischt. Wie kann das sein? Wer fehlt denn jetzt noch? Ich habe doch die Tür zu gemacht. Oh, Gott. Ja, wer fehlt denn jetzt noch? Oh, oh, oh. Das wird jetzt episch. Die Pandoia. Da hast du schon alles eingesammelt. Ja. Hier. Oh, 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 oh. Ja, der ist nochmal neu gespawnt. Ich habe es gehört. Es müsste jetzt hinter der Tür sein. Einer. Einen muss ich noch. Ja. Aber wie kann das denn sein? Ich habe doch die Tür direkt zu gemacht. Hätte ich eigentlich gar nicht mehr kriegen dürfen. Nee, die waren nicht ganz zu, glaube ich. Oder die waren nicht zu. Nee, die war sehr weit offen. Ja, ich glaube, ich stand hier wieder davor. Sehr, sehr weit. Der Curry lauert eh vor der Tür. Der lauert am liebsten. Ich mache das am liebsten, ja. Wie so eine Muräne aus dem Loch dann. Ich kenne das ja schon. Weil dieser Raum, wo die ganzen Christen stehen, das ist echt schwierig, da zu laufen. Und dieses wegzulapodieren geht echt auf die Nerven. Ohne Witz. Oh, oh, oh. Die Bärwurst schlägt wieder zu. Lampe. Ja. Oh, oh, oh. Ja. Rush. Rush. Ja, du musst erst trennen. Schwarz-Weiß und Dunkel. Schwarz-Weiß und Dunkel. Paninator. Schwarz-Weiß und Dunkel. Moment. Du schaffst es. Ja, du schaffst es. Easy. Ich bin hart konzentriert gerade, echt. Da rechts war, glaube ich, auch schon ein Tresor. Ich weiß nicht, ob wir den schon getestet hatten. War er hier nicht links noch nach links? Ich dachte, da wäre einer gewesen. Ich glaube, vorne rechts, oder? Ich gehe noch. Der unsicher hier gerade. Komm schon, kleiner Punkt. Komm schon. Aber da ist er jetzt. Drei Uhr morgens haben wir. Wie passend. Wie passend. Weg. Bleib doch hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Yes. Oh, fuck. Scheiße. Ich dachte gar nicht, dass du hinterher rennst. Ach, Curry, ey. Ach, Kacke. Ach, Gott. 23 Minuten, na immerhin. Ja, ja, ja. Oh, was ist das denn hier? Ich habe doch gar nichts geschrieben. Ach so, krass. Jetzt verstehe ich das. Wie, 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 die, 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 aah. Ich dachte schon die ganze Zeit, hey, woher kommt das? Und, ah, jetzt weiß ich. Holla die Waldfee. Genau, so hat der Flo seinen Charakter gesteuert. H-O-L-L-A. Holla die Waldfee. Ja, danke fürs Zuschauen nochmal. Und wie gesagt, Demd haben sich so viele gewünscht. Oh ja. Unfassbar, dass wir es jetzt nochmal aufgenommen haben. So ist es. Hat doch eine Menge Spaß gemacht. Ja, ist noch wirklich eine Menge Spaß. Jetzt sind wir auch mal vollzählig gewesen. Ja. So macht es am meisten Spaß auch. Und ich habe gehört, dass der 616 eventuell auch mal dabei sein wird. Und den habe ich ja noch nie gehört, wie der schreit. Ich glaube, das wird so witzig werden. Okay, ja, dann würde ich sagen, wir beenden die Aufnahme jetzt und hoppen rüber zum nächsten Spiel. Ich glaube, der Tommy wird sich da auch freuen. Könnte sein. Okay, dann sage ich einfach mal ein ganz kurzes Tschüss. 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 Auch von mir noch Tschüss. Von mir auch. Außer von Tommy. Jeder sollte sich schon persönlich. Von Tommy nicht. Von Tommy nicht. Tschüss. Von Tommy nicht. Tschüss. Vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Also bei uns, nicht beim Curry. Ja. Danke, dass es euch gibt. Und auch Alchemisten und Curry nicht. Äh, Curry auch. Ja. Ich geh jetzt. Ja, 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 ja. Curry hat keinen Bock mehr, der geht jetzt. Bis dann. Ja, ich werde dir nur gemobbt. Tschüss. Rishi? Aber warte, das kann ich besser. Moment. Entschuldigung. Aber das war gerade nicht gewollt. Eieiei. Das war perfekt. So, Tschüss. Wow. Und... Outro